Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt und ich möchte heute was ganz Verrücktes mit dir machen. Hier sind ungefähr 26 Grad und ich möchte mit dir eine Weihnachtskarte basteln. Benutzt habe ich das Stempelset Weihnachtspost und die passenden Standsformen vom Nordpol. Die findest du im neuen Minikatalog August bis Dezember. Und das ist natürlich wieder eine ganz spezielle Karte und zwar ist das eine Double Z Fold Card. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir jetzt in diesem kleinen Video. Wie immer findest du unten alle Maße, sodass du jetzt auch auf Pause machen könntest und dieses Papier erstmal zurechtschneiden kannst. Und du findest auch wieder einen direkten Link zu meinem Blogbeitrag, wo du dann nochmal alle Produkte findest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Mitbasteln. Also zunächst einmal brauchst du ein Stück Farbkarton. Ich habe hier Waldmoos gewählt in den Maßen 10,5 x 28. Die lange Seite wird gefalzt bei 7 und 14. Dann benötigst du ein zweites Stück Farbkarton. Ich habe hier Fahnengrün gewählt, 8,5 x 26. Und es wird auch gefalzt bei 7 und 14. So, und dann benötigst du noch ein bisschen Kleinkram. Ich habe hier ein Stück Designerpapier, 8 x 11,5 und zwei Stücke Flüsterweiß in 8 x 6,5. Genau, wir wollen jetzt erstmal das eine Papier in Flüsterweiß bestempeln. Das habe ich hier gemacht mit den Stempeln aus dem neuen Stempelset. Das Papier muss hochkant hingelegt werden zum Stempeln. Und ich habe hier Chili verwendet. Nein, ich wollte erst die Blätter stempeln, weil ich vorhin ein bisschen schief gestempelt habe. So. Ein Blatt oben. Ein Blatt unten. Und der Spruch in die Mitte. So. Und dann mache ich einmal die Stempelkissen schnell zu. Dann können wir vorne einmal das Designerpapier aufkleben. Auf das Waldmoosfarbene Papier. Nein, das stimmt gar nicht. So, war doch richtig. Auf das Fahnengrüne Papier, selbstverständlich. Und da kommt jetzt in die Mitte einmal das Flüsterweiße Papier mit dem Spruch. Und auf die rechte Seite ein Blankopapier, damit man auch noch Platz hat, einen persönlichen Gruß zu hinterlassen. Ich habe mir jetzt für die Deko auch schon alles zurechtgelegt, aber als erstes möchte ich gerne das Ganze einmal zusammenkleben. Und zwar werden die einmal gleich geknickt, die beiden Papiere, das ist ja mein Falzbein. Ich stelle dir einmal hochkant hin, sodass du das besser sehen kannst. Und jetzt werden die beiden zusammengebracht. Und zwar drehst du sie jetzt einmal, also so. Und dann wird es einmal so aufgeklebt. Ich habe mir jetzt hier einmal Tomo drauf gemacht. Einmal auf dieses schmale Stück und einmal auf das breite Stück. Und das hier wird jetzt so ein ganz bisschen unter das andere geschoben. Und bevor du runterklappst, kannst du das Ganze noch so ein bisschen anpassen und runterdrücken. Eigentlich ganz, ganz einfach zu kleben. Und so ist sie eben auch schon so flach, dass du sie nachher gut verpacken kannst. Und du kannst sie eben auch gut aufklappen. Jetzt habe ich als Deko auch noch ein Stück Designepapier genommen. Das ist, ich muss messen, einen Moment. Acht mal zwei Zentimeter groß. Das habe ich als erstes aufgeklebt. Hier kannst du dich an den Punkten orientieren, weil ich ja immer dazu neige, ein bisschen schief zu kleben. Das geht ganz gut. Dann mein Lieblingsspruch aus diesem Stempelset. Hergestellt am Nordpol. Rentier Luftfracht. Expresszustellung. Ich fand den so süß. Ich habe mich gleich verguckt, als ich den Katalog das erste Mal online angeguckt habe. So, das Nordpolschild kommt hier einmal drauf. Und den Hirsch habe ich mit den Framedids ausgestanzt. Und kannst du sehen, dass man hier so richtig Struktur mit rein stanzt. Das finde ich auch total hübsch. Also, Hirsche finde ich auch immer super zu Weihnachten. Und da kommen einfach jetzt so ein paar Minidimensionals drunter. Und dann wird der Erhaben auf dieses Designerpapier geklebt. Genau. Ohne viel Schischi und Rüsche. Aber so siehst du mal, wie eine Double Z Fold Card gemacht wird. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Däubchen da und abonniere meinen Kanal. Und wie immer findest du alle Sammelbestelltermine unter www.gestempelt.de Und ich freue mich, wenn du aktuelle Ware bei mir bestellst. Bis ganz bald. Tschüss. Hey, if you want.